Ganz, 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 also nicht ganz mit S, sondern ganz mit Z, ganz wichtige Info zum Video-Podcast-Inspiration. Falls du den nicht abonniert hast bis jetzt, das ist schon mal ein Problem, mach das unbedingt. Falls du es abonniert hast, auf YouTube kein Problem, einfach weiter ganz nett, aber man kann es ja auch auf iTunes abonnieren. Und du hast das vielleicht, da hat es ein paar ganz, ganz coole Vorteile mit, ich weiß gar nicht, was es ist, aber hat ein paar tolle Vorteile, wenn du es machst. Also, wenn du das dort gemacht hast und du hast jetzt ein paar Wochen lang keine Videos mehr reingekriegt, dann ist das unser Problem, weil wir mussten den Kanal wechseln. Das heißt, er heißt wieder genau gleich, aber du findest ihn nicht so gut im Moment. Deshalb klick hier auf den Link und abonniere ihn neu oder gehe auf campusgeneration.ch slash inspiration und dort kannst du uns neu abonnieren. Ich wünsche mir, dass wir dich wieder gewinnen, wenn wir dich verloren haben. Vielleicht siehst du es jetzt auch gerade nicht, weil du ja ihn nicht mehr kriegst. Dann müssen wir irgendwie hoffen, dass es jetzt irgendwie auf Umwegen zu dir kommt oder dass du es auf Umwegen zu neuen Leuten schickst und dass wir explosiv wachsen können. Also abonniere es wieder neu, falls du bei iTunes warst und jetzt wieder bei iTunes sein willst. Abonniere es auf YouTube, wenn du willst. YouTube auch kannst du iTunes, iTunes können irgendwo abonniert, was das Zeug hält und schickt es weiter, was das Zeug hält. Ganz, 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 ganz wichtig. Mhm, 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 richtig.